Hallo, hier ist Wurangu. Wir sind eine multinationalische Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt. Es gibt eine durchdachte Serie von Geschirr für reine und zwei Personen. Mit dem Geschirr wird die Angelegenheit des Essens voller Ritual sein. Richtig? Ein halbes Zimmer mit Lebensmitteln. Ein Laden, den ich zufällig gefunden habe. Viele Geschirrsets, Backwaren, Blumengeschirr und Haushaltswaren sind gut. Dieser Satz von Schnee.Kirschblüte Serie. Reich an japanischen Geschmack. Ob Sie nun eine Schale allein oder eine Reihe von Schalen und Tellern in Kombination kaufen. Sie schaffen in wenigen Minuten eine romantische Atmosphäre. Unter Glasurverfahren. Gesund und lichtecht. Kann auch in der Mikrowelle verwendet werden. Die Lebensmittel für das Leben auf dem Abrissmond in Xusen Village. Sammlung von einer langen Zeit ein Geschäft. Der Stil ist einfach und sauber. Die Vielfalt ist sehr vollständig. Der Preis ist nicht teuer. Die insgesamt ist relativ klein frisch einfachen Stil. Neben dem Verkauf von Geschirr gibt es auch andere Lebensmittelartikel. Diese klare Schale mit Goldrand gefällt mir am besten. Es ist sehr zart. Ob Sie Obst oder Gemüse Salat. Oder Ramen setzen. Dolls ist auch als ein berühmter Online Shop. Solange die Küche Geschirr im Zusammenhang. Können Sie hier finden. Hauptsächlich in dunklen Farben. Mit seinem eigenen Adel. Ob es ein Geschenk oder Selbstgebrauch ist. Sind sehr gehoben. Ein elegantes Geschirr zum Servieren von köstlichen Speisen. Das nicht nur die Verlockung des Essens. Sondern auch das Auge erfreut. Sehr empfehlenswert dieses blaue Tiefsee Serie. Licht kühlen Ton. Der Wert der super hoch sehr Gewicht. Einfache Form mit einfacher Farbe. Sauber. Schlicht. Minoyaki Flagship Store. Wenn es um japanisches Geschirr geht. Müssen wir die berühmte japanische Geschirrmarke Minoyaki erwähnen. Dieses Minoyaki Restaurant integriert das Konzept von Individualität und Freiheit perfekt in drei Mahlzeiten am Tag. Der einzigartige retro und japanische Stil des Ostens verwandelt das gewöhnliche Essensleben in ein poetisches Vergnügen. Seitdem fallen jeden Tag sinkende Fische auf den Tisch. Besorgt für eine lange Zeit ein Geschäft. Es hat nicht viele Arten von Geschirr. Mehr Glas und Metall. Oder englische Buchstaben mit Tassen verziert. Japanische mehrere Geschirr nennenwert ist nicht schlecht. Jetzt beginnen. Die Skandinavier Wiescheinsstil. Japanische Keramikgeschirr von Zeit zu Zeit haben Aktivitäten. Halber Preisverarbeitung. Fang ist zu verdienen. Tao-Bau Suchbegriff. Die ursprüngliche Aussage der ursprünglichen keramischen westlichen Essen Teller nach Hause Runde personalisierte Steakteller Kuchen Frühstück Teller kreative Gerichte. Baum kann glücklicher Lebensmittel Laden sein. Wenn Sie den Namen hören, wissen Sie, dass die Dinge sehr gemischt sind. Teilweise japanisch. Auf Emalierbasis. Mit diesem emalierten Geschirr müssen Sie nicht befürchten, dass es herunterfällt. Ware dreidimensionalen Schick. Wie Muscheln wie Gänseblümchen. Seite Mund und die alte Goldkante. Setzen Sie auf den Tisch ohne ein Gefühl der Unstimmigkeit. Einen einzigartigen Geschmack. Es wird empfohlen, in Sets zu kaufen. Der Preis ist dann kostengünstiger. Tri kann offline physische Läden in Peking und Guangzhou haben. Wie die Partner in den Laden gehen können. Um es zu sehen. Wie für die spezifische Adresse. Natürlich. Um den Kundendienst zu konsultieren. Nach Hause gehender Lebensstil. Dieses Haus ist mehr rustikalen Landhausstil. Gibt es eine Menge von gedruckten Blumen solcher Elemente. Japanisch weniger. Aber der Wert der Online. Einige der Abräumkeramikgeschirre sind sehr günstig. Diese handbemalte. Blaue Blumenkeramikschale im Vintage-Stil ist konkav und konvex und hat einen zarten Touch. Wenn ihr interessiert in unsere Video-Stil ist, dann bitte zu folgen uns. Ron Good More Than 4,500 Restaurant Choice. Wir werden Sie immer wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.